Und am Schluss der Vorlesung, da sagte sie dann so, sie möchte jetzt, dass alle weißen Frauen den Raum verlassen und die schwarzen Frauen im Saal bleiben und dass keine aus dem Saal geht, bevor sie nicht mit einer anderen schwarzen Frau gesprochen hat. Ihre Initiative war, uns zu vermitteln, ihr müsst euch zusammentun und zeigen, dass ihr da seid und eure Stimme erheben, jede auf ihre Art. Ich glaube, mir hat niemand so viel Mut gemacht und so viel mir meine eigene Verantwortlichkeit aufgezeigt und damit auch die Möglichkeit, etwas zu tun wie Audrey. Sie glaubt, dass eine Revolution von Menschen gemacht wird und von Menschen, die viele Individuen sind. Sie ist immer wieder zufrieden, den Individuen zu sehen und ihre Finger auf Dinge zu setzen. Racism in Deutschland, in Schwesterland, in Europa muss ein Problem werden für die Feministen, weil es ein Teil von deinen Leben ist, es beeinflusst deine Leben in jeder Art und Weise. Und das Fakt, dass du nicht Leute von color sind, macht dich nicht sicher aus den Effekten. Hört ihr, was ich sage? Ja. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich fühle mich ein reales Lippen in Berlin. Ich denke, dass die Womensmovement in Berlin ist stark und es hat vieles Leben und vitalität. Und es macht mein Herz singen, zu sehen, was ist möglich. Beenden ist alles in Berlin. Beenden sind seit Jahren eine Zeit-Greiber. Beenden ist zu sagen. Berlin hat Jahre zu einem Geburt. Das ist, was ich weiß, dass ich nicht wissen, was die USA-Greibern habe. Das ist die Ruhung, wie Berlin literally, hat Jahren verändert Jahre zu sein. Das war's für heute.